Notruf Hamburg? Aber heute spielen wir es einfach mal mit der Handy-Version! Das bedeutet, Freunde, ich habe das allererste Mal Notruf Hamburg mit Handy gespielt. Und glaubt mir, es hat gar nichts funktioniert. Überhaupt nicht! Ich finde einfach, es ist mega schwierig gewesen, ne? Aber auf jeden Fall will ich mal wissen, was ihr dazu sagt. Also schaut euch jetzt das Video an und let's go! Oh mein Gott! Ich habe tatsächlich noch nie Notruf Hamburg mit dem Handy gespielt. Und ich bin mal gespannt, was das bitte werden soll. Okay, Leute, man erkennt direkt solche Sachen wie das hier rechts, das Sprinten und das Lagen. Und ich muss sagen... Was soll ich sagen? Das ist einfach irgendwie auch qualitätsmäßig alles ganz anders. Aber ich werde es für euch herausfinden und... Oh mein Gott, irgendwie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das Game so am Ruckeln ist. Denn das Handy kommt dann schon gar nicht richtig hinterher. Ich meine, schaut euch mal die Grafik an. Selbst die Polizei. Irgendwie sieht die voll verschwommen aus. Hallo! Alles klar bei Ihnen, Polizei? Okay, warte mal. Handy? Notruf. Ich schreibe jetzt einfach mal Hilfe. Und senden. Ansonsten ist alles gleich, Leute. Also ich muss sagen, das ganze Menü ist das gleiche wie bei Notruf Hamburg am PC. Aber wie gesagt, ihr erkennt es sicherlich, die Grafik ist ein bisschen anders. Und das ganze Spielverhalten irgendwie. Aber, Freund, ich würde sagen, ich probiere trotzdem aus. Äh, also okay, was soll ich ausprobieren? Naja, zumindest möchte ich eigentlich mindestens eine Tankstelle ausrauben. Das ist mein Ziel. Okay. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall ein Dealer. Und okay, Freunde. Alter, ich gebe alles, Leute. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass das heute krass wird. Und irgendwie habe ich übelste Probleme. Ich finde, das ruckelt so extrem, dieses Spiel. Oh, Leute. Oh mein Gott. Was? Okay. Okay, Freunde. Wenn es so weiter geht, dann werde ich auf jeden Fall alles umfahren. Oh mein Gott. Warte mal. Hier ist die Polizei. So, ich kann auch gar nicht so richtig drehen. Ah, jetzt. Okay, so vorne. Ey, ich finde die Steuerung sowas von schwierig. Warte mal. Hier ist noch einer. Oh mein Gott. Warte mal. So. Okay. Warte mal. Die Polizei. Die guckt da. Aber. Bonjour. Hallo. Und warte mal. Hier ist einer. Der kennt mich. Hallo. Mein Freund. Ich habe jetzt einfach mal geschrieben. Hallo, mein Freund. Kannst du den Polizisten umhauen? Und warte mal. Er macht es sogar. Okay. Meine Chance. Eine Waffe zu kaufen. Oh mein Gott. Warte mal. Okay, Freunde. Ihr habt eine Waffe. Äh. Ich will nichts sagen. Aber wie schieße ich damit, Freunde? Äh. Warte mal. Zielen. Und. Oh mein Gott. So schwierig. Aber. Oh mein Gott. Es funktioniert. Es funktioniert. Nein. Nein. Alter. Das ist ja übelst schwer, Freunde. Was? Oh mein Gott. Nein. Ich schaffe es nicht. Hä? Hier sind einfach andere Mitspieler. Die aussehen wie ich. Oh mein Gott, Freunde. Es ist unmöglich. Junge, als Obmann. Ich wurde direkt festgenommen. Hä? Wo bringt er mich denn hin? Junge, wenn, dann bring es bitte ins Gefängnis. Das bringt mich überhaupt nicht. Junge, als Obmann. Hier links ist das Gefängnis. Oh mein Gott, Freunde. Es ruckelt so sehr. Und ich habe hier gerade vor zwei Minuten das Video gestartet. Und ich bin jetzt auch innerhalb zwei Minuten wieder hier. Danke. Wow. Ich glaube, der weiß nicht mal, wo ich drinnen sitze. Und... Oh. Okay. Das weiß er. Okay. Das war es dann wohl mit mir. Ab ins Gefängnis. Hey. Aber ich habe das Gefängnis noch nie von drinnen gesehen. Ähm. Ja. Mein Kumpel ist auch einfach im Gefängnis. Der war gerade noch mit mir draus. Tja. Was machen wir nun? Und er schreibt einfach, wie du mir das tut mir so leid. Und ich habe einfach geantwortet. Ach. Kein Problem. Ich werde hier überhaupt nicht gut sein, Freunde. Egal, was ich machen werde. Glaubt mir. Aber warte mal. Hier ist aber kriminell, Elias. Und... Oh mein Gott. Der hat nicht die VT-Chain? Freunde. Holt euch jetzt doch schnell die VT-Chain. Denn die ist übelst nice. Hi, Elias. Okay. Bin aber jetzt erstmal frei. Okay, Freunde. Ich würde sagen, Versuch Nummer zwei. Und Alter. Warte mal weg mit euch mal. Was für die Polizei hier drinnen. Okay, Freunde. Wir müssen uns jetzt gut einstellen. Ich glaube, hier hole ich nicht nochmal. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich fahre jetzt zum nächsten Dealer. Und dann mache ich das nochmal, Leute. Aber diesmal werde ich es schaffen. Also, hoffentlich. Okay, Freunde. Ich werde jetzt mal hier links rumfahren. Und... Oh mein Gott. Ihr seht es an der ganzen Grafik. Selbst das Auto sieht jetzt nicht so gut aus. Und hey, Elias. Ich habe keine Zeit, Mann. Ich muss jetzt... Ich muss Sachen machen. Oder besser gesagt, was machen Sachen? Okay. Ich versuche es einfach nochmal, Freunde. Let's go. Okay. Eine MP habe ich. Und ich habe auf jeden Fall Bobben. Okay. Ich darf mich jetzt nur nicht schnappen lassen. Nee, nee, nee. Warte mal. Hallo? Okay. Okay. Visieren tue ich. Hey, steig mal aus, Mann. Aua. Ich finde das tatsächlich so schwierig. Junge. Ey, nein. Ach, Mann. Das kann nicht sein, Freunde. Ich wurde einfach jetzt schon wieder verhaftet. Ey, warte mal. Die haben mich freigelassen? Danke, Junge. Okay, aber Freunde. Ich... Extrem schwierig. Aber ich bin ja hier. Und... Sprengung, Junge. Okay. Hat auf jeden Fall funktioniert. Aber, Freunde, hier sieht alles irgendwie ganz, ganz anders aus. Okay. Meint ihr, ich schaffe es? Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Wir müssen ausbrechen. Ich will, wenn dann oben drüber, ausbrechen. Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Freunde, ich habe Probleme mit der Steuerung. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Äh. So. Und. Und. Platzieren. Oh, oh. Freunde, ich habe so Angst. Wenn Polizei kommt, ich bin der Erste, der wegrennt. Sofort werde ich wegrennen, weil ich kann überhaupt nichts. Nein, nein. Polizei. Oh nein. Nein, 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 nein. Let's go. Oh mein Gott, Freunde. Die sind hinter mir. Ich kann nichts machen. Ich muss jetzt einfach hier runter. Oh, oh. Nein, da ist Polizei. Warte mal. Und. Okay, ich kann schießen. Ich kann schießen. Äh. So. Und. Junge. Als Ob. Das ist ja übelst schwierig. Warte mal. Und. Let's go. Oh, nein, nein. Kein Sniper. Kein Sniper. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Äh. Ey. Oh mein Gott, Freunde. Warte mal. Die sind alle hinter mir. Äh. Hallo. Könnte mal vielleicht jemand mein Auto anmachen. Ach, nee. Warte mal, Freunde. Ich wurde jetzt einfach wieder festgenommen. Ich glaube, die sind einfach zu gut für mich. Manu. Ich bin einfach zu schlecht. Aber. Vielleicht. Sollte ich mich irgendwie anders engagieren. Okay, Freunde. So funktioniert das auf jeden Fall gar nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter probieren. Okay. Mal gucken, ob ich vielleicht als Polizist oder sowas machen kann. Oder, Freunde. Ich habe eine Idee. Wie wäre es eigentlich, wenn ich. Oh. Alter. Mein. Ja, wow. Ich habe keine Reifenwehr. Ich rutsche einfach nur. Okay, Freunde. Ich brauche irgendeinen coolen Job. Und. Oh mein Gott. Guckt mal. Die ganze Karte und Map lädt einfach noch überhaupt nicht. Okay, Freunde. Wir brauchen jetzt einen Job. Krankenwagen. Oder Feuerwehr. Let's go. Oh, Junge. Alter. Mann, ey. Das mit Bremsen, das funktioniert aber noch nicht so gut. Okay, Freunde. Achtung. Aha. Was? Junge, hier wurde einfach einer von der Feuerwehr oder von der Notarzt festgenommen. Okay. Wisst ihr was? Ich will Feuerwehrmann sein. Oh, yeah. Achtung. Hier kommt die Feuerwehr. Okay, Freunde. Fahrzeug ist natürlich zusätzlich auch noch gespawnt. Oh mein Gott. Okay. Wir haben hier ordentlich viel Notarzt und Feuerwehr. Ja. Aber, Alter. Freunde. Brennt es denn überhaupt auch irgendwo? Ich bin mal gespannt. Ah. So mache ich das anscheinend an. Okay, Leute. Ey, das ist, wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Alter, Leute. Ich komme überhaupt nicht klar mit der Steuerung. Aber trotzdem macht es auf jeden Fall jetzt schon mega Spaß. Aber ich bin erstmal gespannt. Wie wird es überhaupt sein, wenn ich ein Feuer löschen muss? Und ey, Junge. Was macht ihr? Alter. Die Polizei denkt auch einfach so. Yo, ich kann machen, was ich will, Mann. Ich bin einfach Polizist. Den Ausraum, habt ihr heute gesehen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und, Freunde, Alter. Das sieht so aus, als wären die Autos da hinten ins Nichts fahren. Okay, Leute. Ich gebe euch... Oh, oh. Emergency Call? Warte mal. Ein Medical Call? Oh mein Gott, Freunde. Hier ist Schießerei. Oh mein Gott. Warte mal. Kann ich vielleicht irgendwas mit der Polizei machen? Junge. Ich mache einfach mit. Yo. Weg hier. Und... Ey. Warte mal. Hey. Stehen geblieben. Du doch mit dem Lamborghini. Oder Bugatti? Äh. Ich sehe keinen mehr da hinten. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich glaube, ich werde mich nicht einmischen, weil das macht am wenigsten Sinn. Ihr seht's. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich mache. Okay. Schauen wir mal, ob hier alles in Ordnung ist. Aber bis jetzt brennt hier anscheinend noch nichts. Ich bin mal gespannt. Und... Oh mein Gott. Warte mal. Öl auf der Straße? Und das da hinten? Das ist ein Fall für die Feuerwehr. Oh mein Gott. Ich bin unterwegs. Und... Hä? Ne, mir ist einfach noch jemand von der Feuerwehr. Alter, der ist einfach viel schneller, Mann. Und... Alter, ihr ruckelt so extrem. Sag mal, ist das eigentlich immer so auf Handy, dass das so extrem leckt und ruckelt? Also, Freunde, so wie ich gerade fahre, bin ich wahrscheinlich morgen mit der Feuerwehr und nicht da. Und warte mal. Alter, hier sind so ganz, ganz andere viele coole Feuerwehren noch. Also, sie sind da. Verschwinden. Sie sind da. Und verschwinden. Hörst du weg. Hier ist die schnellere Feuerwehr. Oh mein Gott, Freunde. Alter, ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist so lecker. Okay, Freunde. Wir sind angekommen. Die Feuerwehr ist gleich da. Keine Sorge. Ich werde hier Öl beseitigen. So. Ich halte mal hier und... Yo, Alter! Junge, ich bin übrigens ausgerutscht. So. Okay, warte mal. Wir brauchen ein bisschen Sand. Okay, warte mal. So, Freunde. Und... Ey! Okay, warte mal, Freunde. Oh mein Gott. Okay, das ist übelst rutschig. Oh, das ist so rutschig wie Eis. Aber... Ey. Okay, wir haben uns gleich unsere erste Aufe erledigt. Und schaut euch mal an, die ganzen Texturen. Irgendwie sieht das ein bisschen... Naja, noobhaft aus, so, oder? Was habe ich eigentlich noch so? Ich habe Kegel. Jo, moin. Äh. Das sieht so aus, als wenn der im Boden drin ist. Okay. Feuerwehr kann wieder zusammenpacken. Feierabend. Naja, gut. Feierabend werden wir jetzt vielleicht nicht direkt haben. Und wie viel gibt es eigentlich? Wir sind vier Feuerwehrmänner. Oha! Und fünf von der Polizei. Äh, kurze Frage. Der ADAC hat da jemanden verloren. Was machen die? Der stellt sich einfach hinten drauf? Ich glaube, die versuchen zu surfen. Oder was auch immer. Leute, keine Ahnung. Jo, Leute. Notruf Hamburg. Feuerwehr. Ich muss mal hier vorbei. Sorry. Alter, ich habe keine Ahnung, was die machen, Leute. Ich glaube, die wissen es selber nicht mal. Okay, Licht müssen wir beaktivieren, damit wir auf jeden Fall schön was auf den Straßen sehen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, Leute. Oder... Oder was denkt ihr? Wo brennt es? Zumindestens. Eigentlich brennt es gar nicht. Und... Oh, oh. Mein Feuerwehrkollege. Ich glaube, der hat ein kleines Problem hier vorne, oder? Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir halten mal kurz hier an. So, moin. So, ich stelle mich daneben. Vielleicht macht er auch Mittagspause. Moin. Naja, ich glaube, der kann auf jeden Fall kein Deutsch sprechen, ne? Oder will zumindest nicht mit mir reden, ne? Und deswegen warte ich eigentlich nur, bis man die Feuerwehr was zu tun hat. Warum hat sie so wenig zu tun? Und oh mein Gott, Freunde. Guckt euch das mal an. Man kann überhaupt nicht... Also man kann jetzt ohne Scherz... Man kann nicht weit gucken, ne? Am PC kann ich so weit gucken, wie ich will. Und hier? Die Roblox-App ist jetzt vielleicht noch nicht so gut. Hm. Ist das eigentlich bei euch am Handy auch so? Oh mein Gott. Warte mal. Die Feuerwehr hübelt schnell. Alter, Freunde. Wenn es so weitergeht, muss ich das auf jeden Fall abbrechen. Hier funktioniert gar nicht. Und selbst die Bahn sieht irgendwie komisch aus. Hey, yo. Warte mal. Oha. Die machen einfach ein Rennen hier. Okay. Ich mache jetzt erst mal Mittagspause, Leute. Ich fahre hier gefühlt nur 20, 25 km. Einfach mal Mittagspause an der Ossertankstelle. Ich glaube, so gefällt mir das. Warte mal. Aho hat einen Notruf gesendet. Und der kommt von der Bank? Ich weiß gar nicht, ob ich da hinfahren sollte. Aber, ja, Freunde, ihr seht's. Alter. Was mache ich? Ich fahre nicht mal offizielle Wege. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Ich glaube, ich mache generell alles falsch, was man nur falsch machen kann. Aber naja. Ist halt so, Leute. Und, ey, die jagen sich immer noch. Warte mal. Soll ich mal den Weg versperren, dass der nicht mehr rauskommt? Hey, Junge. Was machst du? Okay. Ich glaube, er hat mich, er hat mir den Weg versperrt. Okay, warte mal. Kann ich ihm den Weg versperren? Und hier. Warte mal. Das ist sogar ein Krimineller, glaube ich. So. Okay, warte mal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Er hat einfach mal geschrieben, Verbrecher hier. Ich weiß sogar tatsächlich, dass er wirklich ein Verbrecher ist. Und deswegen lasse ich den einfach nicht raus, Leute. Der bleibt auf jeden Fall drin. Schluss mit lustig. Ey, Junge. Du bist Verbrecher. Du bist böse. Deshalb lasse ich dich nicht raus. Pech gehabt, Junge. Und ich hoffe, die Polizei kommt mal langsam. Leute, ich kann dir nicht Jahre festhalten. Oh mein Gott, warte mal. Ein Feuer ist gestartet? Na ja, egal. Hat er Pech gehabt. Oder sagen wir so, er hat Glück gehabt. Let's go, Freunde. Wir löschen jetzt eins. Oder beziehungsweise mit der Handy-Version löschen wir das erste Mal ein Feuer. Und okay, warte mal. Oh mein Gott. Das ist direkt hier nebenan. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. So, ich hab auf jeden Fall schon mal alles aktiviert, was wir brauchen mit dem Hydrant, ne? So, okay, warte mal. Wie lösche ich jetzt? Oh mein Gott, das wird so schwierig. Ey. Oh mein Gott. Ey. Freunde, ihr glaubt mir gar nicht, aber ich stell mich so schwierig damit an. Warte mal. So, und Wasser. Okay, Wasser ist aktiviert. Und? Ja, so halberwegs funktioniert. Okay. Wie weit kann ich eigentlich damit rennen, Leute? Also jetzt mal im Ernst. Wie weit denkt ihr, dass ich damit rennen kann? Ich hab keine Ahnung, Mann. Und warte mal, wo sind eigentlich meine ganzen Feuerfreunde? Also meine ganzen Feuerwehrmänner? Ich hatte doch gerade eben noch so viel im Team. Bin ich jetzt der Einzige? Hey, Mann. So, schön löschen. Aber das muss ich sagen, funktioniert eigentlich recht gut. Also ich kann gut Feuer löschen mit, ähm, mit der App hier. Also mit dem Handy. Okay, Freunde. Ich hab einfach schon sieben Feuern gelöscht. Klappt ja sehr, sehr gut. Und Alter, hier brennt das ganze Feld, Mann. Wie lange soll das denn bitte noch gehen? Ich dachte, wir, ich dachte, wir waren so viele Feuerwehrkollegen. Hilfe, hier brennt es. Ach, oder wisst ihr was, Freunde? Warte mal, da drüben ist doch ein Feuerwehrmann. Oha. Ich hab sogar einen Kollegen, der mitlöscht. Eigentlich frage ich mich gerade, wie weit geht eigentlich der Feuerwehrschlauch? Gibt es dafür einen Radius? Okay, wir müssen neu verbinden, ne? Dann stellen wir uns natürlich hier hin. Locken auf jeden Fall Wasser ein und... Jo, Alter, das... Ah, es geht wieder weiter. Das Game leckt sowas fort. Oh mein Gott, aber egal, Leute, wir machen das so. Hier drüben auf jeden Fall noch... Da ist auf jeden Fall auch noch einiges zu löschen. Und überleg mal. Ich will ja nichts sagen, aber ich hab einen unendlich langen Schlauch. Also, der geht wahrscheinlich Kilometer lang, ne? Ah, Junge, das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Eigentlich müsste man nur so... Ja, so weglaufen. Keine Ahnung. Und dann mal gucken. So, okay. Ich mach gut... Ich mach gut XP. 81 XP schon. Und warte mal, mein Feuerwehrkollege ist auch am Start. So, okay. Let's go. Nur noch die zwei letzten Feuer löschen. Alter, was hat der für einen langen Schlauch jetzt? Junge, einfach gerade aus dem Nichts ist ein Windrad gespawnt. Es ist kein Windrad. Es kommt ein Windrad. Junge, ich kann überhaupt nichts machen. Alter, Leute, es bringt nichts. Es hat einfach keinen Sinn. Meiner Meinung nach ist es einfach viel schwieriger, mit dem Handy zu spielen. Aber, Freunde, da seid ihr gefragt. Schreibt mal eure Erfahrungen rein, was und wie ihr spielt. Würde mich sehr interessieren. Lasst uns nur mal rum, wenn ich vielleicht noch andere Games das erste Mal mit dem Handy zocken soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Banndorf, wie du. Bis dahin. Tschüss.